Ach, Mist. So sieht das auch nicht gut aus, dann würde ich... So... Ja, doch, ja... Okay, lass ich erst mal so... Wisst ihr was, ich mach das jetzt nochmal weg! Einmal weg, die Scheiße! Ich bin da so ein Perfektionist, ich brauche sehr lange zum Bauen, aber meistens sieht es am Ende dann doch gut aus und... Das könnten wir gleich einfach direkt mal wegmachen. Boah, jetzt kommt Extreme-Holz-Farming, ich weiß schon, was ich mach. Ach... Ich weiß es, ich weiß es... Ja, 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 ja... Drunten war ein Enderman! Enderman! Ohohohoho! Das wird viel Holz, sag ich euch! Weg damit! Weg damit! Weg damit! Weg damit! Weg damit! Schön viel Holz fahren! Ja, das ist... Das gefällt mir! Ah, hier ist auch noch... Weg damit! Ohohohohoho! Nicht so schnell, Digga... So schnell wirst du mich nicht los? War wohl nix, ne? Scheiß Baum! ach so das ist das andere holz von uns wo es wird bestimmt gut ich hab das jetzt schon ich hab jetzt schon so eine vorstellung das übertrifft alles je wie viel haben wir schon so ein baum bringt bestimmt schon stecks stecks gleich ist der baum weg nein da ist noch was egal soll es da bleiben kann ich irgendwann später noch weg machen direkt am abgrund steht so ein fetter baum das ist auch sehr ja okay bestimmt irgendwo fette schluchten da direkt neben so dicker baum ja anderthalb stecks und das jetzt was da unten liegt lasse ich jetzt da verschworen verdingen das kommt noch weg so tschüss das auch noch weil das sieht er nicht mehr real aus das ist nicht gut okay die treppe sieht auch nicht real aus aber das ist egal die darf das die mieden sie ist gut aus ich weiß nicht ich weiß nicht moment ah mein Gesicht juckt ja Okay. So, passt das doch. Und da ich genug Cobblestone habe, mache ich einmal eben so, einmal so, so, die zwei weg und schon passt das. So, Eisen, da rein. Was brauche ich jetzt? Ah, Holz habe ich ja genug, das ist sehr gut. Das sieht scheiße, das sieht kacke aus. Ich glaube, so lasse ich das. Das hat was, auch wenn es irgendwie was so spontan entstanden ist. Und ich habe schon wieder vergessen. Und so, 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 so. Ich glaube, die reichen, die reichen locker. Eine Katze oder Tiger oder was auch immer. Ich weiß nicht mal, wie die Dinger heißen. Das stimmt, mit einem Fisch macht man das, oder? Nur, dann werde ich nächstes Mal versuchen. Ich bin gestorben. Und da laufe ich zu meinem Dungel. Oh, glüppsch um. Stierb. Stierb. So. La 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 dr ja ich kann das nicht mehr so schnell so jetzt weil ich ich will zu meinen Dschungel run nigger run 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 nigger run ein hohn ja die tiefer müssen wir immer noch machen genau mach das 360 ja 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 kann ich auch hui 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 jetzt lauf digger hui lauf mann hui 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 hoi hui hoi hui hoi hui us hui 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 wo sind die anderen Sachen da ich komme ich jetzt hoch jetzt weil ich für meine Sachen so mache ich das ja ja okay reisenspitze Diamantspitze stufen stufen fackeln roten flash die ja das war alles nur dass ich meine 8 Level nicht mehr wieder ab oder 7 nur noch 4 leider ach da ich hab dich schon gesucht und da ist noch was ok Gravel hätte ich auch liegen lassen können jetzt mal ehrlich jetzt geh hoch so tschüss jetzt die die weil ich nachher ich bin schon wieder ganz schön viel auf heute vor meine fresse ich hab grad irgendwie gar keine